so ihr lieben herzlich willkommen zum world reinsteam mittwoch wie gab momentan ist der pantherchen alleine wir wurden auf die schabe ja die ist gerade eingeflogen schönen guten abend liebe leute hallo grüße naja kommst du mal wieder knapp verspäten ja du arbeit 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 du kannst ja gerne bei mir mitarbeiten ich habe so viel das reicht für zwei du weißt ich kann gerade so mit mühe und noten rechner von toast unterscheiden ist jetzt auch gesagt das ist mein schutz behauptet ja genau spiel ist offen ja schon gesehen so tun läuft normales müsste auch bild läuft aufnahme läuft gut soweit scheinen sie passen will ich dir gelandet gibt es da keine schöne panzerung gehört ich sie ja richtig sieht ja so dahin geworfen aus hast du denn um die hast du nicht was die terroristen sind immer noch im ersten abteil vorne ich habe zwischenzeitlich noch nicht gespielt also das funktioniert so nicht das traust du ja auch zu sagen ich habe auch noch andere sorgen was du hast du besorgen ja gut jeder na ja ja die sind wieder respawn so erhalte prophezeiung hoffentlich was sinnvolles weiß ich nicht ich hab ich krieg keine ich habe auch vorne schon was reingesteckt und mutter kommen kurz zu dir jetzt doch bitte nicht hier sondern wo steckst du rechts und links ich bin auf der brücke bei den kasten der war der 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 bezeichnung und ich sehe gerade noch die ganzen die ganzen behälter sind respawn wenn du neu lädst können wir alle noch mal finden dann ok ja das ist das ach hinten da war eine rote probe dabei na gut ja du machst das schon wie was ich ich muss sachen tun ja dann tun wir das richtige versetzt mal die terroristen ich lasse extra in der nähe ich packe ja da hört ihr es mal wieder da kommt er wieder durch ach ja nee das müssen wir heute mal so nicht gott ah ok aber hier kannst du die spielmechanik ausnutzen weißt du das wieso und dem du ständig neu lädst und dann die behälter fahren ja aber soviel gibt das ist doch egal das kannst du doch unendlich wiederholen natürlich gibt das nicht viel gut aber das ganze zehnmal machst hast du zehn pilze zum beispiel gut ja das meine ich mit spielmechanik hier sitzen sie weit die kleinen terrorist die worten auf dich sagt den bezug sieben von den sieben von den terroristen kann man schon mitnehmen 7 haben wir 11 können wir ja ja wie werden wir dann mal irgendwann richtig auf den keks gehen willkommen du kannst hier zum beispiel eine blaue eine rote probe zack ok unser lieber motorrad erscheint noch zu schlafen was schlägt was ist mit unserem motorrad noch nicht im chat war nicht im chat naja vielleicht vielleicht so unabkömmlich das gibt es ja alles noch menschen so 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 hier brauchen wir noch mal chemie einmal fürs klo hat er dann steuer ich hier ist das wasser wir sind doch fast durchgeforscht wieso was ist denn so aber denn die inventarplätze übersprungen mehr haben wir nicht oder werde erst mal storyline freigeschaltet tut er bin ich genauso schlau wie du ich dachte du bist schlau ist das recht ich hätte so so langsam wird's darüber dass da lang auf stufe auf stufe acht hast du die musik links liegen lassen ja du alles gut und auch stufe 32 aber ja oder sind keine ist ein sehr wichtigen dinge oder glaubst du die benzinklumpen auch noch mal ändern glaube ich ja nicht wieso gibt es benzinklumpen höhlklumpen auch in guten abend cooli wenn man von den spricht man kommt ja ja was kann man hier vorne eigentlich ah ja alles gut cool die wir hatten die bloß am anfang vermisst gehabt so das ist denn die so schmeißt du ja das auf den boden kann sein dass ich wahrscheinlich dann persönlich jetzt wo ich den deck abgewiesen habe irgendwas verfallen lassen das hier brauche ich und was liegt denn auf dem boden ich habe es eingesammelt ich packe das mal hier in diesen einen container wenn das nicht beschriftet ist dass du noch eine blaue probe und auch noch einen pilz drin ok sortiere ich mal um die sachen hier ach so die waffenteile muss ich auch noch durchgucken ach so warte ist von der lampe alles klar ich möchte dass unsere zu halbwegs roten die aussieht halbwegs ja ah ja das und das und passt das hier gut das passt soweit und wir hinten das passt auch zugseite panzerplatte was moment also das ding ist offen ok nächster abteil muss man jetzt mal gucken hier wollen wir das sind die machen wir die und die hin und dann haben wir es dann panzerplatten dran ja die ist es du gehst ruhig so ich habe jetzt mal alles vereinheitlicht dass das ein bisschen ordentlich aussieht und nicht viel bei kräuter und rüben nicht bei hamper ist auch noch dran äh nein so den machen wir für shavi extra freundlich dass er auch nicht so weit laufen muss ich bitte drum so ok das klavier kannst du hier rausschmeißen die kannst du mir direkt hier reinpacken du musst nicht so weit weg räumen hier ist der platz hier vorne hier dass ich quäke die ganze zeit möchte ich auch nicht ertragen also la 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 na ja gut wenn sie hier stehen reicht für das dann habe ich nicht so weit bis zum leider kann man die nicht stumm stellen la 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 ach es weiß ich weiß machen wollte bis er hat nur eine aufgabe und selbst die richtung genau mit so was muss ich arbeiten so wie bei uns auf arbeit nur profis abberg wo sie alles voll haben schon wieder kompost gemacht es wird langsam voll der kiste mit kompost ja wir müssen unbedingt noch mehr in die saatgut geschichte gehen oh man definitiv schon zu viele von den hässlichen ständer oder ich glaube es geht los so langsamer richtung fertig das aber schön meine freunde alle sind sie hier ja ich bin dabei da könnte lalalalala da machen sie mir spaß wenn man was gucken da kann man auch hier ach Gott ist nicht guck mal hier noch mal kurz ach Tee okay dann schauen wir mal wo machen wir jetzt das loch jetzt zu welches loch ist das hier vorne dafür fehlen die forschungspunkte derzeit bräuchte mal 180 punkte ach scharf schießt wieder mich das ist das das ist das das ist das das ist das so ich bereite doch mal was vor hier hinten können wir bei gelegenheit auch mal noch was machen und hinten müssen auch noch was schrauben schrott oh man